joo und alle willkommen zurück zu 4 im letzten part haben wir uns weiter durch die kläranlage gearbeitet und wir bekommen einfach keine verstärkung wir sind jetzt eine einwandermeer so muss es sein da draußen ist glaube ich wirklich ein sehr krasse bosskampf aber ich denke mal wir nutzen lieber unsere normalen waffen wir hatten mehr erbt ihr wir hatten mehr munition weigen distanzen so dass wir nicht so gut auf jeden fall auf geht's nach draußen braucht ihr das wirklich wo ist denn der wow fickt euch haa shit 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 ich drehe erwischt ok 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 und jetzt noch eine krater hinten rein ihr kleinen trecksacker so der fliegt ganz realistisch durch die gegend muss schon sagen nächste noch einer der ist noch einer ich seh nichts komm schon stirb, 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 stirb ich glaube ist wirklich tot ich muss nur auffassen dass sie nicht von hinten kommen das machen die nämlich gerne mal ok ich glaube ich habe sie ja dedigt ich bin nicht mehr an ich habe nämlich keinen bock die ein nochmal zu töten ich glaube es versteht man ich glaube es versteht man ja das wollte ich genau bam ab und ich will wasser bitte so ist hier hinten noch irgendwas bam ach das ist irgendwie lustig dass man hier einfach reinspringen kann yay so hier ist auch nichts mehr haben wir alle Waffen eingesammelt so sehen also diese Replika-Soldaten aus ich finde das irgendwie sieht den Sand aus wie der so da liegt so mit den beiden Armen so nach oben so äh auf jeden Fall müssen wir es hinten lang und dann würde ich sagen tun wir das auch mal bitte so nah war an der Wand jetzt auch nicht gewesen ja okay alles klar unheimliche Musik ist unheimlich weil weh ich würde sagen wir schwimmen jetzt einfach rüber kann doch garantiert irgendwo an dann gehen genau hier immer dieses kleine rote Hagelmädchen ja immer dieses kleine rote Hagelmädchen ja immer dieses kleine rote Hagelmädchen ja mhm lalala 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 jo läuft schon mal gut hier muss ich einfach nur Spannung aufbauen hier so ein bisschen was ist denn hier ist nichts okay hier ist wie ein Item übersehen ha verdammt da müssen wir hier rein okay von da kommen wir ja okay wir müssen da rein ich bin im Fall dass wir hier nicht rein müssen ha 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 ähm das sah eben noch anders aus kann das sein da war eben noch kein Blut gut abgesehen wir sehen uns im Fils zum ersten Mal ich dachte quasi das wäre das erste Spiel wäre es was einmal das gab ey Leute hier drin ist ein bisschen arg viel Blut können wir das rauslassen wow wow der 4 Eingangsagent hat ein zweiter Replikaten-Kompanie angegriffen und die Feindstreitkirche ins Chaos geschützt äh bitch please SEG Team bereit den Angriff auf das Hauptquartier vor von Almach vor oh ich bin so schlecht im Vorlesen die Stärke des Feindes momentan unbekannt sind over 9000 Leute nein äh die die in der abbequoten Leiche wurde eindeutig als Charles HGB Hartwig als Charles identifiziert ein Forscher bei Almach Almach Mission primäres Ziel ist bleibt hier in die Regierung von Pexton motherfucking Vettel Sekundäres Ziel ist das Missionsziel des Feindes in dem Gebiet zu ermitteln alles klar Jen? Schon was von Jankowski? Nein, aber ich hab menschliche Überreste gefunden ich geh jetzt einmal hier lang und ich geh aber da oben das kann doch nicht sein seine Vitalmärte sind etwas ungewöhnlich aber endlich definitiv er muss noch nachgebohr sein ich seh mich weiter oben ach so hier ist einfach zu deswegen alles klar es ist halt ein typischer Gang wo Kisten davor stehen bei Gründern yeah, ein Midi-Pack ist mitten in der Karnation liegt das ist das Midi-Pack meines Vertrauens ich könnte garantiert hier hochspringen hey Soldaten, könnt Ihr uns mal helfen hier hochzukommen? ich muss doch hier hoch! es gibt ja keine Leiter oder was? es wird in die falsche Richtung gelaufen nö, ich muss doch garantiert da hoch ich muss doch garantiert hoch garantiert einfach nur hier drauf und dann da drauf alles klar Ich will das Schleichen hier noch funktioniert. Man muss halt nur mit geduckt laufen. Oder nicht rennen. Ich glaube, ich laufe lieber geduckt, weil geduckt ist man halt geduckt, ne? Das ist voll cool aus mit den Wassereffekten. Wenn man mir denkt, das Spiel ist echt schon etwas älter. Abgesehen, dass die Musik mich gerade ein bisschen nervt. Aber... Sie hat Angst vor ihr. Ähm... Whatever. Ich meine, die Alma. Mussten wir nicht hier lang? Aber offenbar ist das Hit-Up-Signal, also schaue ich mich erst mal um. Wenn es ja optional ist, liegt hier garantiert ein Item, was ich mir holen kann. Okay, wir machen erstmal diese Daten kaputt. Ha, ha, ha. Ach, fick dich hier, ich glaube. Ihr kriegt mich nicht lebend! Niemals! Ich bin ja immer in der Sitzung, dass ich nicht von hinten kommen kann, glaube ich. Alter, ihr kleinen, verdammten... Replika-Soldaten. Das habe ich gesehen! Stirb! Schau! Blut! 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 Erwöscht! Ist hier noch einer? Komm schon! F5! Das war wie ein Gefecht, ich wollte doch mal sagen. So muss ich mir angewöhnen, ich hätte an irgendeinen von den Gefechten einmal kurz sterben. Das kann ja an sich, oh ja, ich muss irgendwie so das IWES-Fach fallen. Was war jetzt der andere Weg gewesen, den ich hätte gehen können? Komme ich denn da einfach da oben raus, oder wie ist das? Das testen wir jetzt mal kurz. Darf mal schneller, unbekanntes Soldat. Das war doch jetzt der Weg hier hinten. So, sie hat auch's verüht, bitch. Oder war das der optionale Weg? Ach, da hätte ich einfach noch Munition oder sowas. Wo ist das hier, was ist das für ein Weg? Ach, da komme ich einfach von hier hinten wieder in den Raum rein. Okay, ja, da hole ich mir auf jeden Fall jetzt noch diesen... Items darf, was der Lack. So viel Zeit muss sein. Bei Items, ne? Muss sein. Sonst haben wir ja dann hier nichts verpassen. Jetzt geht doch trotzdem mal den Weg hier hinten zu allem, aber ich glaube, es ist schneller. Ah, nee, kann ich nicht. Never mind. Doch, kann ich nicht. Oh, nein, kann ich nicht. Oh, nee, hier muss ich lang. Oh, Mann. Mann, verwirrende die Vergangenen. Sie sind ja verwirrend. Okay. Und da sind wir wieder in den Raum, wo die ganzen Soldaten waren. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Hier können wir jetzt Soldaten kommen. Ich weiß nicht, ob die hier wirklich spawnt, oder wie das hier... Oh, das ist ein Telefon. Und Granaten, das ist gut, denn wir haben es keine mehr. Sie haben eine neue Nachricht. Hey, Mann. Ich habe gehört, da drüben geht was Ehres ab. Alles in Ordnung? Melde dich mal. Es bleibt auch bei Freitagabend, oder? Auf zurück, Mann. Hoffentlich geht es dir gut. Ende der Nachrichten. Jo, bis Freitag dann. Ich hoffe, dir geht es gut, übrigens. Da liegt noch eins. Bam. Da können wir eins benutzen, dann müssen wir zu viel haben. Ups, das wollte ich nicht. Tee, ganz wichtig an alle Spieler. Tee, ohne die Nachricht schaffe ich das Spiel nicht. Mitteilungen im Singleplayer sind so sinnlos. Eigentlich ist es an sich. Ich meine, das liest dann keiner, außer man selbst. Checkpunkt gespeichert, okay. Das ist ganz wieder der Bosskampf. Ich schaue erstmal hier drüben nach. Aber hier geht es offenbar nur wieder zurück. Also das ist eine einzige, alle Wege führen auf diese Tür hinaus. Bevor wir die aufspeichern, speichern wir nochmal. Wir speichern die Tür mal auf, ne? Wir speichern die Tür auf, wir speichern die Tür auf. Dann speichern wir noch zwei, drei Mal. Garantiert jetzt ne, bis... Wie wird das krasse Gefecht abgeht? Wir wissen ja, die Gegenden können uns einkassen in einen ganzen Bullshit. Na, schön, dass da oben auch welche sind. Oh, goddammit, nein! Wow, 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 wow. Oh, goddammit, wie viele sind das denn hier? Aber schön, dass es nicht so was ist. Oh mein Gott, ich hab das... Es darf eigentlich zurück auszusehen auf T, auf Textmitteilung. Auf einmal töten mich alle Soldaten, weil... ...ich nicht agieren kann. Wo sind die Bobs alle? Das war ja ganz in der Nähe. Okay. Okay. Jetzt müssten ja einsam alle mal tot sein, kann das sein? Ich speichern hier mal kurz dazwischen. Denn ich würde jetzt ungeheuer nach diesem ewes krassen Gefecht abkratzen. Und alles normal machen, um zu müssen. Habe ich jetzt keinen Bock drauf! Kann man völlig verstehen! Nimmt halt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber immerhin höre ich niemanden, der sagt, oh mein Gott, neu von mir. Ah, ich bin ein Replika-Sodat, ah. Das ist schon ein ziemlich großes Gelände, muss ich sagen. Also ein bisschen verschachtelt, so ein bisschen. Liegt so ein bisschen nach Haufleißen. Bip, bip, bip. Mit BK halten. Kschsch. Bing, bing, bing. Damit wir so einen Eisenstab dabei haben. Da oben war noch einer. Ich habe ihn leider zu spät gesehen. Störb einmal bitte. Braust du nicht. Braust du nicht! Du brauchst keine Verstärkung. Was du brauchst, ist einen anderen Job. Rieb die Gasselat, das ist glaube ich kein Hals. Ich habe heute noch bezahlt für... Uh, eine Schrottwinde. Ich habe jetzt keine Haufen für abzugeben, weil ich werde die E-W-So nicht benutzen wahrscheinlich. Ich gehe jetzt hier... Diese Waffen benutze ich halt quasi gar nicht. Aber eine Schrottwinde ist jetzt auch nicht so ein Fan von... Ich nehme lieber meine Waffen mal im Nahkampf. Spiel ich jetzt nicht so wirklich. Im Nahkampf mache ich den hier, bäm. Und dann gibt der auch rum. Und dann passt das schon. So, jetzt bevor ich wieder vergesse, dass ich wenig Leben habe oder mich heilen sollte. Mach ich erstmal. Oh, da unten liegt was. Yeah! Yeah, Reflexe aber verstärkt. Cool! Das gefällt mir. Slow motion. Yeah! So, der hat eine Waffe, die mich benutzen. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein, glaube ich. Ich denke mal. So, bam. Ja, schnell speichern und so. So. Sind hier böse Leute? Wir müssen hier garantiert ein Rätsel lösen. Garantiert kommt hier Wasser rein, dann schwimmt das oder sowas eine Art. Oder so. Oder so. Genau. Ah, Prüfung. Ah, Prüfung. So. Schauen wir mal nach. Ich kann hier noch irgendwo ein Hebel in der Ecke. Polizei berichten zufolge war die Explosion, die heute Abend ein Lagerhaus am Hafen zerstörte, wahrscheinlich die Folge eines Industrieunfalls. Offenbar wurde niemand verletzt, aber die Rettungsteams sind noch vor Ort. Jo, niemand wurde verletzt, also nicht wir. Ach so, wir müssen jetzt gleich hier, kann ich irgendwo hier einen Hebel benutzen? Oh, yeah. Ewiges Rätsel auf Doom. Okay. Oh, hier liegt übrigens Waffen und Munition. Ich habe so Heißkart übersehen. Jo. Ich habe nur Musik. So, und jetzt ist hier Wasser an. Alles klar. Wie, ich kann jetzt... Oh, was ist das denn? Ich sehe das jetzt nicht so. Man kann nicht hochschwimmen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch darüber gehen, bevor ich den Part beende. Hier, wo wir hier so BÄM und dann... Das Checkpoint mit Gespräch hat. Das wollte ich sowieso jetzt sowieso machen. Okay, Leute. Im nächsten Part machen wir das hier. Ich hoffe es euch gefallen. Und bis dahin. Ciao. Komm, was wollt ihr so da hatten? Das ist einfach nur super böse.